was ist hiermit? der kohl ist ja auch fertig. ah ja 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 das ist sehr gut so müssen wir auch bedenken wieder was anpflanzen sonst sind wir hier für die hunde das stimmt ja doch irgendwo getreide nee oder? das sind die rüben rübezahl? nee das ist ja gut klar so ja das ist immer gar nicht mal so weit entfernt die lila karotte 18 von 20 aber die normale karotte 28 von 35 ja ja also ein bisschen die pushen und ein bisschen nach und nach immer alles freischaltet klar sind die einnahmen jetzt nicht so groß bei denen aber es geht ums leveln ach kleinvieh ne? ja ja nun also kleinvieh haben wir hier definitiv nicht das ist so ein massenvieh wieso du bist doch auch hier auf der farm leck mich ich verbiete mir heute jegliche beleidigung warum? und nun zum ehrentag ja 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 das ist fertig das ist fertig echt hat gereicht? ja das ist aber mein wunder das ist platt gemacht hier platt wie ne flunder oh nein jetzt habe ich den Entwicklern Ideen gegeben noch mehr Fische oh flunder ja scheiße das ist nicht gut ach doch kann man so jetzt auch nichts sagen naja nun ich versetze mal ein paar Bäumchen ja versetze ich mal in die Lage jetzt ja versetze ich und? wie fühlt es sich an? hm holzig hm bin auf dem Holzweg glaube ich den Wochen habe ich es gewartet nämlich ja gut so machen wir da hin dann können wir das hier da hin machen na äh sieht eigentlich auch schön aus so ein ganzes Feld voller Karotten also das mega Feld ja hinten wow ja wir sind hier leveln ja weil ich will wissen wenn man die drei Karotten halt da fertig hat was dann diese mega Karotte ist sag ich jetzt mal da wird sich Bugs Bunny freuen ja bestimmt wir nicht oh Gott Haasen jetzt habe ich dich wieder auf Haasen gebracht scheiße tja was soll ich dazu noch sagen ja am besten gar nichts am besten gar nichts so ich hoffe das kommt hier hin neun zwölf drei sechs acht nope kommt nicht hin das heißt ich muss die Bäume noch ein bisschen versetzen dann würde ich mit denen einfach erstmal anfangen die setze ich jetzt nochmal in die in die Ecke hier quasi ja Sprit ein riesenfeld und zwischendrin so die paar was war das nochmal weißer Kürbis das ist herrlich einfach so mittendrin aber das ist egal ob das jetzt Eisboden ist oder ja ja eigentlich schon ja ne ich weiß ja nicht ob das einen unterschied macht oder also ich glaube das macht keinen unterschied gut 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 also ich weiß es nicht genau könnte man mal googeln ja warte mal acht minuten nö das scheint keinen unterschied zu machen ne ok du hast sie geerntet und sind bei der Hälfte ja weil die Jahreszeit auch bei der Hälfte ist die sind ja jahreszeitbedingt wenn die ja reif ich dachte ich war jetzt auf was auch noch Spur aber ne da war ich wirklich jetzt auf dem Holzweg ja scheiße oder das wärs ja noch irgendwie so jeder Baum irgendwie so auch ein bisschen Boden pflanzen ja ne also so komplex wird es dann doch nicht sein gut hätte ja sein können also ne man muss ja mal ja ja 400.000 ne ich pflanze nicht weiter hast du Angst? ja so ein bisschen ne ne Angst ist es nicht es ist mehr so Respekt vor dem leeren Geldbeutel nö also ich sag mal so die 400.000 die kannst du platt machen ach ja also soweit lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster lehn dich mal ja trotz Höhlenangst hat er doch gar nicht äh Dying Light? was spielt der denn immer so? schlimm war das Dying Light ey äh Fick Mission ne Entschuldigung aber das müssen wir nochmal müssen wir irgendwann nochmal auspacken ne da weißt du ja ja und auch das neue das neue auch ja mit Crane aber ist ja also kostenlos für uns ne hast du die äh die ultimative Edition? ich glaube ja ja ich hab den nämlich nicht aha ich hab nur dieses wie hieß diese neue Version da wo die Waffen reinkamen diese Version da ich weiß gar nicht wie die hieß jetzt grad Waffen kommen rein Version hieß die Waffen kommen rein Version ja ich lass dich jetzt mal in dem glauben als ob ich dir irgendwas Falsches erzählen würde tust du am laufenden Band du merkst es bloß nicht ja stimmt ich dachte dir gibt es auch noch zu der Arsch das war frech so dann bastel ich hinten nochmal die anderen Bäumse ja bastel doch mal jetzt Mary had a little lamb ja wir haben jetzt aber ein neues Lied oh O.D. an die Freude O.D. vor allem O.D. O.D. an die Freude Dad dd genau das sehr schön ja gut das war's mit den Bäumen aber sie sind fertig geworden zumindest Wir hatten gerade die Pflaumen, wir haben nur die Pflaumenbäume gemacht Ja, ja Ja Was denn nun Mein Hals ist ja trocken, ich glaube ich muss da noch was trinken Ja, bitte Ich habe mir nichts beiseite gestellt Ich muss mal ganz kurz, ich lasse euch mal ganz kurz mit dem Dave alleine Ja, das ist keine gute Idee Nee, ist es nicht, ich versuch es einfach mal Ja, na, das wirst du bereuen Ja, ja, bis gleich So, endlich ist er weg Mein Gott, jetzt kann man auch mal lästern Also der ist aber auch, ne Mit dem, da kannst du echt keinen Krieg gewinnen, das sag ich dir Immer nur am Meckern, ey Also ich richte hier alles schön ein und er Oh, ich muss das ganze Geld verschwenden Oh, intermio, oh Oh, der Herr des Tieres Ganz ehrlich, ich packer mir hier den Arsch ab Ja, was hast du gesagt? Und der ist natürlich dann Ach, schön, dass du wieder da bist Ich wollte gerade dich loben Ich habe nur Arsch abgehört Nö, 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 nö Ach, sei, war nix Nö War nix, gar nix die kaktus kaktus das grün ich dachte mir wo ich gerade bei bäumen am tanzen war hol ich mal ein kaktus im kühlschrank da sind sie also verschwunden ja verstehe also wir haben kein geld wir haben 37 mark ich mache ein paar questioner statt ja was wenn ich halt das ganze getreide obwohl ich was abkriegen wollte kann ich ja eh nicht mehr kein geld mehr was ist mit den karotten hier was soll mit den seien sind fertig kann man die enden sollen die enden wenn die fertig sind ja ja okay dann hätte ich die ja bitte wollen wir gerade nicht zur hand weil wie gesagt die müssen ja level müssen 35 die normalen die lila noch zwei level ja weißt du was wolle auf französisch heißt na jetzt kommt's voller es wie war das vorhin gerade noch mit als würdest du mir lügen erzählen oder sowas wie das stimmt ja ja kommt wirklich das heißt aber nur wolle 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 da ist ja auch voller peter das heißt definitiv nicht wolfgang peter war so kann ich nicht alleine das kannst du alleine aber auch ganz gut muss ich sagen ja nun ja nix zu üben sie noch quests 30.000 wieder haben aber dafür vier medaillen haben wir gleich die lila rüben sind fertig geworden gerade die räume ich gleich mal ab hier ja räume ab da ja medaillen firma in italien firma in italien ja ist eine ganze berühmte tanker ist leer der tanker ist leer ja auch nie alter witz niemals gebe ich hier einen scheiß salat ab noch mal bei dem hier wurde ja genau die ich wollte ich upgraden mit melonen aber äh melonen mit zitronen aber ja super funktioniert ach ne so ne das meine ich gar nicht jetzt mit dem letzten karottenfeld kam der levelaufstieg das ist ja schön ne ich sehe hier gerade speiserübe ja die ich habe die habe ich schon länger gesehen ja mache ich mal eine reihe hier ja mach mal eine reihe da ich gleich das geld wieder weg sie soll ich noch mal den rocken anpflanzen ja morgen weizen bräuchte man ja generell muss daher über 30 warum wir 35 muss also noch mehr rüben anbauen hier na dann manteau hm so dem rocken habe ich jetzt drei bahn gezogen ja sollte erstmal reichen ja na klar hier ist meine kürbisse hier weil dann sind die von viereinhalb stunden runter auf zweieinhalb ja das ist sehr gut das geht ja auch schon fast wieder klar na klar na klar na klar na klar die lila sind also das ist sehr gut auf 20 gut 21 hier brauchen echt noch ein bisschen ja dann müssen wir halt das feld nochmal komplett voll machen damit ja das können wir ja bis die auf 35 sind also die normalen karotten halten ja noch vier level hab ich auch wieder gelogen scheiße heu heu kein volles mehr lex luga ja es wird nicht besser ne wird es nicht das ist oh ne das penissymbol ist wieder voll ja ich weiß auch nicht eigentlich gleich mit anpflanzen können wieder vergesst das immer dann auszuwählen dass er gleichzeitig noch anpflanzen soll wieder heu heu brauche ich zweimal die hier strecken hm oh wir kommen langsam näher nur noch drei level sehr gut für den nächsten achso für die für die andere karotte da ja ja für diese ich nenne es jetzt mal goldene karotte ja ja weil du halt wirklich drei aufleveln musst also das wird jetzt schon sein goldgelbe tomaten müssen wir leveln da sind wir erst bei level 5 oh ja dann kann man die anpflanzen guck gerade mal ne erst im äh sommer wieder hm ja ja das ist doof wir brauchen du mal so bestimmt aber kohl könnt ihr mich mal anpflanzen ja den brauchen mich auch aber ach ne kann ich gar nicht weil das kannst du überhaupt einpflanzen ja genau ja 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 das sind sachen die wir freischalten müssen ja ja dann halt was schnell geht aber dann auch profitabel ist halt ne ja ja was denn halt der herbst kommt muss man da wieder mal gucken da kommen wir ein paar Zucchini hin ja die gehen immer die gehen immer die gehen immer die gehen immer so ich hab das große Feld auch gleich hier fertig alles voll mit der normalen Karotte ja wunderbar dann bin ich mal gespannt so äh was wär denn eigentlich so das nächste also die gerotte klar sind wir drüber Weizen und Rocken auch Level 15 ei 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 Weizen das können wir erst im Sommer auch Level 25 ei Tomate und Goldkilbetomate ja die brauchen wir tatsächlich Kohl Kohl machst du ja ne nebenbei ja Kohl konnte ich nicht anpflanzen weil das die falsche A-Set ist ja ja aber du generell machst du das halt ne ja 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 weil da brauchen wir noch vier Level dann kriegen wir den sieht aus wie roter also Rotkohl in dem Fall das ist aber schnell geschalteter ja das ist äh gut fix da kommt ja noch einiges auf uns zu ja Level 78 sieht aus wie Spitzkohl hmmm roter Spitzkohl ja doch Spitzkohl was ist denn das was ist denn das Boden Ananas ach du scheiße ja ja gut da haben wir noch huh willst du zwischen den Bäumen eine Straße haben dass es übersichtlich hell ist oder willst du das auch baum an baum machen alles hm ich würde schön auch sagen baum an baum oder ja es hat platz sparen da ne ja erstens das und zweitens kann man ja dann Straße hin machen bist du dann ja fällt dann da ja man weiß ja wo das ist und dann fährt man da so durch die Bäume durch und dann ja genau weil du fährst ja dann eh die Bahn längs ja ja schon mal wieder ablanden hier ja siehste ja oh was waren das für Bäume hier das war Orangenbaum naja obwohl der braun und grün ist naja äh wo ist denn da auch oder was kommt von die die reihe dann ist es fertig ist fertig da hat er aber Spaßwein geplündert mein lieber Mann der versuch das ja 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 Ah, das sieht doch schon viel besser aus jetzt hier. Ja. Wie war das mit den Blumen, die wolltest du so lassen, wie sie sind? Ja, weil die Blumen halt generell ein bisschen länger brauchen. Ja, okay. Wenn man halt solche Quests haben. Ach, schwierig. Dann gieße ich die hier nur mal. Ja genau, also gießen kann man machen. Sobald dann der Korb so diese komische Farbe hat, kann man sie ernten. Was müssen wir denn machen? Ja, Rose, Melke. Bornholm, Margarita. Was? Bornholm? Bornholm, Margarita. Ach. Ja. Und Apfelrose sind viermal Blumen. Ja. Das ist so wild. So, da können wir jetzt noch mal Dingchen nachladen. So. Weg. Absol-Zitronen. Na klar. Natürlich ist die Auber-Schiene voll. Na klar. Na klar. Boah. Wie viel brauchen wir denn für das nächste Gebiet? 6800. Also wieder fast ein Tausender. Ja. Ja. So sieht es aus. Mein Freund. Hm? Was? Hm? Haben wir eigentlich... Nö. Also auf Level 62. Na gut. Jetzt ein neues Haus. Okay. Na gut. Haben wir noch ein Weng. Ein was? Ein Weng. Ja. Aber schon mal Adler. Was ist das? Die Koronen sind fertig. Äh. Ist schön. Jetzt schon? Ja. Boah. Hau weg denn, Herr Lachs da. Bitte. Achten Sie auf das Auberginen-Postfach. Ja, aber das ist halb gefüllt. Noch? Noch, ja. Ja. Kann er sonst verkaufen. Wenn er... Er hat ja momentan Pleite gerade. Ach. Weil der Salat verkauft werden musste. So ein Salat? Ja. Da haben wir den Salat. War schwierig da hinzukommen, ne? Hm. Noch zwei Level. Ja. Also ich hab zwei Bahnen damit gemacht. Das braucht jetzt zwei Level. Ja. Und drei Bahnen, wie das ihr sehen könnt, sind hier noch. Also drei Dreier-Bahnen, ne? Ja, gut, klar. Oh nein! Ist voll! Und ich bin leer. Ich versuche mal reciffen, nicht Quadrafin. Bis zum anderen. Gnaden dir noch mal muke. Nein. Untertitelung. BR 2018